1 gegen 1 So und herzlichen Willkommen zu einer Runde 1 gegen 1 Welcome back Wieder mein Kit, das ist mein Kit best of 3 Mal schauen wer gewinnt Lobi, ich weiß, dass du in dem Dreckstunnel mit drin bist. Ah ne ne, 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 ne. Okay. Oh. Ja. Wie zieht der Bug? Ich hab keine Ahnung. Oh, oh, mieser Treffer. Am Start. Oh. 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 Also Toro will's mal wieder spannend machen mit Samkitt zum zuschauen. Ja ey Ulta. Zieht sich gar nicht in die Länge nahe. Nein! Ich möchte ansagen, Tobi vorhin Shots gecallt, heute bin ich besser mit dem Bogen als du. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wahr. Bis jetzt zumindest. Oh, Fatshot. Oh. Da hat er mir zwei ordentlich reingedrückt. Aber die OP-Rüstung, ne, sie ist da. Schusslich und so noch. Ja, es ist ein Power-3-Bogen, oder? Das zieht fast nichts irgendwie, finde ich. Oder, oder? Oder, wenn man oft genug trifft, ne? Noll! Ohhhh. Ohaha! Das hat aber Witz, weil ich dich noch nicht mal gesehen hab. War der OP-Apfel schon am Werk, der Gold-Apfel? Nein! Nein! Okay, du kannst doch nicht den Drecksbomb aber nicht durchschießen. Hm. Hahaha! Oh, wie knapp. Ja, du machst es aber auch nicht, Splendor. Du kommst halt auch nicht, ne? Ja, ja. Haha. Ich seh schon, das wird viel zu schneiden. Hey! Uh, was ist das denn einfach da? Hahaha! Hahaha! Ja, ich seh dein Name, oder? Ja, ich spame ja grad wie so'n Behinderter da rum, Alter. Ja, ich spame ja grad wie so'n Behinderter da rum, Alter. Äh... Wer hört sich da denn an, das nicht? Jaaaa! Oah, Leul. Das ist verarschen, als ob er nicht stirbt, Juh. Aber du auch nicht, ne? Naja, ja, ja. Hey, wie viel... Junge, du warst doch jetzt voll oder wo grade, oder? Nein! Locker so zwei, drei Herzen oder so. Komm her. Wir müssen jetzt. Auf dem Baum oben oder was? Fuck, Alter, was machst du da auf dem Baum? Willst du mich eigentlich verarschen? Easy. Easy. Weißt du, du schiezt aber durch Lücken durch, wo du niemals treffen würdest. Nein. Runde eins ging an dich. Ich muss doch erstmal rausspielen. Ja, 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 ja. Ich nicht, oder was? Boah, Leute. Da hat Easy gerade in dem Moment vorgesprungen. Haha, nice. Er weiß, das war gediktet. Alter. Das war auf. Okay. Gut, ich treff grad tatsächlich echt Licht. Er spammt aber auch nur wie ein... Oh. Er zieht halt nicht. Er spammt einfach nur drauf los. Oh. Wunderschön, Alter. Wen hat der da grad zerfetzt? Ey, ich sag doch auch. In einem Bogen-Kit? Was? Sowas ist möglich? Ja, wenn ich einen schlechten Tag hab, ist sowas möglich. Ja. Die zweite Ausrede schon. Hahaha. Ja, ich würd sagen, erste Runde ging an mich, oder? Ja, mach mal deinen Kit. Wird nicht zerlegt, dich jetzt so beschwert? Ja, ich bin gespannt. Das ist ein richtig nerviges Kit jetzt nämlich. Wirkstoß 2. Haha. Oh mein Gott. Hast du den Scheiß-Kürbis aufgehalten, Alter? War der geil noch. Ey, Alter, man kriegt hier überhaupt keinen Schaden. Was soll das denn? Hahaha. Oh mein Gott. Das ist ein Scheiß-Kit, Alter. Oh la la. Ich glaub... Du liegst vorne gerade. Oh. Jetzt kann's gleich sein. Ah, du liegst vorne. Du liegst immer noch vorne. Jetzt lieg ich vorne wahrscheinlich. Hä? Äh? Äh? Oh. Was war das denn für ein Long-Range-Shit, Alter? Ja, ja, ja. Vermiss dich. Komm doch her. Komm her. Oh, wo ist die Angel? Heute kein Aim, ne? Oh, alter Rückschuss, Alter. Er rettet einem immer mal wieder das Leben, ne? Oh. 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 Oh mein Gott. Ah! Ja, alles klar. War das keine Dreier mit nem Rückfußschwert, Alter? Nice. Als ob du nur Dreier wärst du das, Alter? Oh, Alter. Herzen ist da. Niemals. Ich würd sagen, das wird halt ne Vierer-Streak, oder? Ne, das könnte sogar sein. Oh, da ist das Aim. Es ist halt un-fuck-hit, Alter. Oh, 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 die Hits sitzen auch. Der Licks-Tor-Scheiß, Alter. Oh, da brennt er. Er ist scheiß drauf. Okay, doch nicht. Ahaha. Ja! Komm her. Ist schon wieder am Abhauen, oder was? Fuck. Alter, jetzt hab ich aber grad gefailt hier, Alter. Oh, trotzdem... Oh, Mann, ein... Vierer-Streak ist da, Alter. Nice. Naja. Ein etwas kürzeres Video. Wir merken, Tobi hat grad nur die besseren Tage für PvP einfach. Easy, easy. Easy, easy. Ähm, naja. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es etwas kürzer ist, ist. Ähm... Schaut bei den anderen Videos vorbei. Lasst einen Like, den Abo nicht vergessen. Leidt sich kommentieren. Und... Bis zum Freitag, ne? Bis zum Freitag. Ciao. Tschüss.